Moin Moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Die Airline Condor fliegt wieder nach Westerland. In den vergangenen beiden Wochen machte der Sylter Sommer eine Pause. Momentan werden entlang der Sylter Westküste vermehrt Quallen angespült. Das Sommerkonzert der Deutschen Stiftung Musikleben findet diesmal virtuell statt. Im Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer wächst eine neue Insel und der Syltlauf 2021 ist bereits jetzt ausgebucht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung. Eine gute Woche für Sie. Bleiben Sie gesund!